Halli Hallöchen und herzlich willkommen hier bei, also zurück bei ARK. Ja, wir sind wieder zurück und wie schon angedroht, ist das hier auch wieder... Einmal kurz gucken, funktioniert das? Warte, so, bin doch total verwirrt. Ist das auch wieder ein Livestream? Ja, ich muss mich erstmal entschuldigen, dass das ein bisschen verspäteter rauskommt als angekündigt, denn der Server hat gerade ein paar Macken gemacht und ist ab und zu mal ein bisschen abgestürzt, war nicht schön. Aber macht nichts, jetzt sind wir da, jetzt läuft der Server wieder, jetzt stottert er nicht mehr und alles, also können wir jetzt auch durchstarten. Schön. Ja, aber womit sollen wir denn jetzt anfangen? Ach ja, genau. Wir haben ja ein neues Dinochen in der letzten Folge, also in der gestrigen... Ich muss erstmal Stego-Ei einsammeln. So, jetzt geht's mir besser, jetzt hab ich ein Stego-Ei. Ja, haben wir ja unser Zimtstern hier gefangen. Ich spiel weiterhin noch mit der deutschen Übersetzung, wie man sieht. Und, äh, da gehen wir mal erstmal auf Leben, weißt du, die brauchen Leben. Und, naja, und jetzt kam der Wunsch auf, dass der rosa... Äh, dass... Dass der Sattel rosa werden soll. Toll. Nein, ich kann nicht abends streamen. Ich muss hier deinen Sattel rosa färben. Lass Einkaufen ausfallen und putzen schon mal. Ah, wer, wer, wer putzt denn? Geputzt wird, wenn Frühling ist. Noch sind wir im Winter. Also, kann die Pugel ruhig verramschen. So, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, wir malen jetzt erstmal den Sattel hier pink an. Ich muss erstmal gucken, ob ich alle Intelligenzien dafür habe. Dafür brauchen wir nämlich einen Pinsel. Einen Pinsel haben wir, wir sind männlich, wir müssen einen Pinsel haben. Und den Kochtopf. Den brauchen wir auch noch. Gut, jetzt muss ich nur erstmal herausfinden, wie und wo und... Wo setzen wir diesen Kochpott denn hin? Sollen wir den nach oben setzen? Sollen wir oben eine Küche haben? Da muss man nicht immer so lange schlafen, Alter. Was ist denn das für ein Luxus? Bis 15 Uhr schlafen, ne? So möchte ich auch mal gut meinen Urlaub genießen. So, aber die Frage ist... Wo kommt der Kochpott hin? Wir setzen da jetzt in die Ecke, komm. Wir machen eine Küche im zweiten Stockwerk. Ergo, ja, wo ist denn der Kochpott? Ach, was brauchen wir denn? Holz, natürlich Holz. Holz, 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 Holz. Haben wir noch Holz da? Sind wir vorbereitet? Boah, wir haben Holz. Das ist super. Haben wir denn auch noch Stein? Ich hab nämlich gesehen, wir brauchen nämlich auch noch Stein. Natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja zu viel verlangt. Entschuldigung. Diese Anmaßung. Urlaub schon lang vorbei. Und trotzdem bis 15 Uhr schlafen könnte. Äh, ich bin verwirrt. Also das Übliche. So, wir wollten Stein sammeln. Ich kann mich dran erinnern. Ich hab da so eine Erinnerung, dass wir Stein sammeln sollten. Wollten, wollten, sollten. Was sind denn hier die Steine? Warum ist hier denn nichts respawned? Das ist ja furchtbar. Na gut. Müssen wir halt ein bisschen weiterlaufen. Geht ja schnell. Stein sammeln ist ja schon so gut wie erledigt. Da vorne sind sogar Steine. Also, das ist unfassbar. Dieses Spiel hat einfach alles. Und, naja, es ist ja sogar auch noch was Neues dazugekommen. Nämlich. Na klar kann man von Pizza leben. Selbst wenn der Sammer vor der Tür steht, ist doch egal. Mein Gott. Man braucht ja nicht rausgehen. Man kann sich ja irgendwo im Keller verbarrikadieren und warten, bis es vorbei ist. So, 75 Steine brauchten wir. Ich kann mich dran erinnern. Deswegen werde ich jetzt... So. Mehr Steine brauchen wir nicht. Deswegen nehme ich auch jetzt nicht mehr Steine mit. Wir wollen jetzt ja erstmal malern. So. Ansonsten. Aha, aha, aha. Wollen wir mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Ich habe mir sogar extra, extra die, 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 äh, die hier, ne? Genau, die gehen nicht raus. Selbst im Sommer nicht. Äh, aha, aha. Äh, ich habe mir sogar extra die Rezepte aufgeschrieben, weil, ne? Ich bin so gut vorbereitet auf diesen Stream. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich bin... Was wollte ich? Ach ja, genau. Den Kochbott herstellen. Ja, den Pinsel muss ich auch noch herstellen. Leder. Ja, das haben wir ja bestimmt. So, was brauche ich denn erstmal? Ich habe hier, wie man hört, vielleicht einen wunderbaren Zettel. Ah, mhm, 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 den lege ich mir mal ganz professionell. Da liegt er voll im Weg. So, irgendwie so. Ach komm, was ist denn die denn hier? Den brauche ich. Scheiße. Ah, das ist eine Kurzschlussreaktion. Okay, ähm, wir haben jetzt ein Kochbott. Zack, zack, zack. Hier, da, so. So, und den setzen wir jetzt hier wunderschön in die Ecke. Weil, er ist ein Traum. Ist ein Traum geworden. So, ein bisschen Satch rein. So, wir brauchten Tinto-Berries. Äh, Stin-Berries brauchten wir noch ein bisschen. Die, 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 die. So, 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 so. Sag mir nicht, ich habe keine Stin-Berries. Kriege ich ja ab. Alter, ich habe keine Stin-Berries. Warte, 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 warte. Sunshine hat doch bestimmt noch ein paar Bären in sich, oder? Jetzt, nimm mal deinen Dötz da weg. Ja, siehste, bis 22 Uhr werde ich nicht streamen. Penny. So. Längst du mich schon wieder ab? Ich bin schon wieder völlig verwirrt. So, ähm, den da. Ich denke ganz angestrengt nach. Das ist mein angestrengt nach-Denk-Gesicht. Wir brauchen noch Gunpowder. Dass ich das echt aus dem Kopf weiß. So, ich bin, ich bin stolz auf mich. So, Gunpowder. Oh, haben wir sogar noch Schießpulver. Mhm, mhm, mhm. So, einmal Schießpulver. Und jetzt können wir uns ein bisschen pinke Farbe herstellen. Glaube ich. Feuer entzünden. Brennen. So, in der Zeit gehe ich mal ganz schnell Leder holen. Äh, ja, Leder, genau. Ja, ich, ich, ich arbeite dran. Warte, warte, warte. Den Sattel kann ich schon mal zeigen. Ne, hier, das bist du. Und, und schwer zu erkennen an, da schlank, da schlank, da du. Da, und den werde ich jetzt pink anmalen. Ich hoffe, dass das geht. Ich habe keine Ahnung, ob das geht, aber. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass. Ein Ei. Könnte es auch ruhig mal ein paar Eier legen. Ich brauche ein paar Trike-Eier für. Sonst was. Weiß ich nicht. Zum Essen oder so. So. Ein da. Zack, 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 zack. Und wir haben pinke Farbe. Sehr schön. Es hat wirklich geklappt. Ich bin so stolz auf mich. Ich muss mir immer die Träne wegwischen. Äh. Ich habe ein bisschen zu doll ins Auge gefasst. Das tat weh. So, jetzt stellen wir noch den Sattel, äh, den, 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 den Pinsel her. Jetzt haben wir einen Pinsel. Jetzt können wir mit diesem Pinsel nämlich... Hilfe. Wirklich. So, so, so soll das laufen. Wirklich. So. Scheiß Treppe. So, jetzt können wir nämlich mit diesen Pinsel... Ich glaube, Rechtsklick war das. Verdammt, wie ging das? So. Äh. Huch, ich habe dich... Äh, äh, schließen. Ich könnte dich auch komplett rosa anmalen, also. Den Sattel kriege ich nicht... Ich habe dir da ein rosa Strich hingemalt. Zeichnung löschen. Kriege ich nicht irgendwie den Sattel angemalt? Keinen Sattel anmalen? Ich kriege dich... Ich kriege dich komplett angemalt, aber... Das... Das kann ich ja nicht machen. Das ist ja... Lade dieses Gemälde... Lade Gemälde dieser Art? Aha, aha, aha. Zeichnung speichern? Ne, Gegenstände färben. Hier, ich hätte gern diesen Gegenstand. Drücke... To paint, shift, lit, tickle paint... Was soll ich tun? Ah, ich dachte deutsche Übersetzung. Ah, überfordert. Äh, äh, äh. Lmb, linke... Linker Mausbutton to paint. Shift plus linker Mausbutton to... To, 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 to. Strick paint? Was? Ich bin überfordert. Ähm, ja. Ich hab dich schon wieder angemalt. Gibt's ja gar nicht. Zeichnung löschen. Tü, 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 rechte. Shift. Ich mal dich jetzt pink an. Den Sattel krieg ich leider nicht pink angemalt. Deswegen muss jetzt... Naja, es sieht halt auch ein bisschen natürlich aus, wenn wir den Dino halt auch komplett pink färben. Das geht halt nicht anders. So ganz hübsch mach ich das hier. Ich geb mir auch richtig Mühe. Also, wie man sieht, das ist ein wunderbarer Traum. Guck hier, da kriegst du so ein Pfeil hier drin. So richtig sportlich, weißt du? Dann kannst du schneller laufen und so. Ach, ist ja, ist ja traumhaft hübsch. Also, ich muss sagen... Äh, nee, äh, so. Äh, wie, äh, wie dreht denn jetzt? Ich konnte doch gerade eben drehen. So. So, ähm... So, dann malen wir hier jetzt. Ich hoffe, das wird wenigstens einigermaßen synchron. Synchron. Sieht... Sieht auf jeden Fall traumhaft aus. Ich mal einfach mal den, 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 den Schwanz rosa an. Und dann haben wir das auch. Zip. Zip. Ah, super, gut. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich werd das mal ausprobieren. Danke, kleiner, 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 kleinen Lasche. Klein Lasche ist ein schöner Name. Auch wenn er mich verwirrt. So, okay, Sattel runter machen. Inventar. So, und jetzt Pinsel. Und Pinsel da. Und, nee, so. Nee. Nee, so. Nee. Nee, so. Vielleicht sollte ich mal aus dem Inventar rausgehen. So, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Gleich. Ich bin verwirrt. Was soll ich denn jetzt tun? Hilfe. Hilfe. Ich brauch noch mehr Hilfe. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Gesamtsituation ist überfordert. Ja, das bringt mich nicht weiter. Nur die Farbe. Okay. Ah, haha. Oh, ja. Toll. So. Gegenstand färben. Supi, so ist das doch schon. Dann malen wir den jetzt. Ich hab keinen Pink mehr. Ich hab keinen Pink mehr? Enttäuschend. Einfach nur enttäuschend. So, wie sieht das denn denn jetzt aus? So, dann gehen wir mal wieder hier. So. Sattel. Dunkel. Ist auf jeden Fall recht dunkel. Schweif. Keiner. Nennen wir's Schweif, Mann. Ich muss jetzt pinke Farbe herstellen. Ich muss jetzt machen, was Männer so machen. Pinke Farbe herstellen. So, was brauch ich noch? Äh, Wasser. Wo krieg ich Wasser her? Ach ja, vom Wassertopf. Ich weiß auch noch nicht, wie das Bier funktioniert. Vielleicht weiß er ja auch, wie das Bier funktioniert. Kleine, kleine Lasche. Weißt du, 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 wie das Bier funktioniert? Ich habe da, ich habe da drinne, aber ist nix laufen. Ja, so rede ich. So ist mein Stil. So ist mein Slang. So, einmal Wasser auffüllen. Also, Sackwasser auffüllen, nicht einmal. Gunpowder, 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 Gunpowder. Schön, dass aber jetzt auch Nacht wird und, naja, man sieht nicht, wie das halt angemalt wurde. Ich könnte ja natürlich auch die Fackel reparieren, dann sieht man das sogar. I'm so shocked over myself. I can't believe that all now. Irgendwie. So, den Sack muss ich auch noch drin. Jetzt machen wir wieder ein Feuerchen an. So, erstmal hier aufwärmen an den alten Schinken. Wir können ja schon mal, vielleicht sieht man jetzt ja was. Da, man sieht, dass es schon mal ein bisschen rosa ist. Ja, was, also, wie kann man denn 1000 Stunden? Ich bin bei 300 und ich dachte, ich hänge hier schon ständig. Was will denn, Alter, Bronto, geh mal aus meinem Garten. Geh weg. Alter, warum bist du denn jetzt, ist denn, geh mal. Mann. Ich werd schon, Alter, ich bin grad reingekommen und werd jetzt schon von den Dinos wieder gemobbt. Das ist wie damals in der Schule. Ist so schlimm. Alter, diese Treppe, ne? Ich hab hier echt ein großes Problem mit dieser Treppe. Mann, ich hasse das, äh, so. Was war's, Problem? Alter, der, ich muss den gleich erstmal töten. Aber ich hab ein bisschen Angst vor dem Bronto, muss ich sagen. Nicht, dass der uns gleich tötet und hier uns die Häuser einreißt oder so. So, und Gegenstand färben. Ich hoffe, es ist genehm mit der Farbe. So. Dann mach ich jetzt die Fackel an. Ja, das ist doch, das, das ist, das ist doch in Ordnung, oder? Das ist doch garantiert jetzt in Ordnung. Nee, sonst muss ich dich wirklich pink anmalen. Ich hätte auch noch Magenta, aber die Farbe hab ich auch vergessen, wie sie geht. Aber ich hätte Magenta. Ich hoffe jetzt einfach mal, das ist jetzt in Ordnung. Wie sieht's? Ja, es ist ein Traum. Es ist definitiv ein Traum.